Jo, Mahlzeit. Ein weiterer Tipp, heute will ich euch erklären wie man mehr Klicks auf YouTube bekommt. Das ist relativ easy, ich habe ein kleines Programm geschrieben, hier seht das. Brauchen wir aber nicht unbedingt, kann man nämlich auch ganz anders machen. Man drückt, ist ja bekannt, auf Video hochladen. In diesem wunderschönen Fenster kann man dann sein Video, das ich der Einfachheit halber hier schon mal vorbereitet habe. Ich habe es auch so genannt, wo klicks, mehrklicks und move öffnen. Das steht dann natürlich sinnvollerweise gleich hier oben drin. Der Upload wird gestartet. Dem Ganzen gibt man erstmal einen ordentlichen Titel, und zwar möglichst passend. Deshalb lasse ich das alles so stehen, wie es hier steht. Eine ordentliche Beschreibung, die ein bisschen mehr aussagen sollte als dieses Wort. Und viel wichtiger noch sind dann diese Tags. So, ich wähle der hier. Oder auch. Reicht auch. Mehr Klicks, kann man auch noch unterteilen, wenn man möchte. So. Und so kriegt man mehr Klicks auf YouTube. Kategorie noch auswählen. Gemeinnütziges Arrangement kommt immer sehr gut an. Speichern. Und ganz zum Schluss will ich es euch noch zeigen. Dieses Video, Moreklicks, muss natürlich auch einen Inhalt haben. Das ist dann der. Das ist also der Film. Und damit habt ihr dann dieses Video, Mehrklicks oder Moreklicks auf YouTube. Ja. Und die sind so rein.